Männer sind von dem, was sie sein sollten, aktuell meilenweit entfernt. Und die allermeisten von ihnen leben weit unter ihren Möglichkeiten. Eine der Ursachen dafür ist, dass ihnen medial ein ziemlich bizarres Wertemodell vermittelt wird, das ihren eigentlichen und angeborenen Wesenszügen widerspricht. Dass dieser Zustand nur ein temporärer ist und wie du deine männlichen Wesenszüge vielleicht wieder zum Leben erwecken kannst, darum geht es in meinem Buch Alpha ungezähmt. Die kulturhistorische Wahrheit ist, dass Testosteron Imperien und Zivilisationen erstehen lässt und der Mangel an Testosteron Imperien zusammenbrechen lässt. Wenn das interessant für dich klingt und du wieder zu dem werden willst, was Mutter Natur im Sinne hatte, als sie dich schuf, dann würde ich mich freuen, dich als Leser in meinem Buch begrüßen zu dürfen. Du bekommst darin keine albernen Flirtleitfäden, keine leeren Versprechungen und ja auch keine geheimen Abkürzungen, die dich von heute auf morgen ans Ziel bringen. Das Buch ist ein Buch für Realisten, für Männer also, die gerne und ehrlich an sich arbeiten und das Maximum aus ihrer Veranlagung herausholen wollen. Sieh dir das gerne mal an, wenn du magst, vielleicht auch wenn du mich unterstützen willst und wenn du der Ansicht bist, dass es Zeit für eine Renaissance der Männlichkeit ist. Der Link zum Online-Shop ist unten in der Beschreibung. Das Buch ist unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.